Nimmst du auf? Sehr gut. Also, jetzt haben wir hier unsere schöne Harry Potter Collection-Rolle bekommen. Die werden wir mal ganz fix aufmachen. Sieht das nicht verschärft aus. Dann werden wir uns jetzt gleich mal den ersten Pott schnappen. Und wir fangen mit dem hier an. Guck mal, jetzt noch verschneit es sogar noch. Das sieht schon geil aus. Glitzer! Freust du dich? Ich freue mich so ein bisschen. Guck mal hier. Elgo Starmotor. So. Und... Was ist denn hier noch? Mal gucken. Ich weiß nicht, man kocht. Aha! Aha! So, jetzt holen wir das gute Stück raus. Wie der sich anfasst. Mega genial. Ja, ich bin gespannt, wie die ganzen anderen Teile aussehen. Ich freue mich. Wir werden es jetzt Stück für Stück an jedes Paket machen. Na, ein... Mal sagen. ... ... ...